174 Jahre ist das Kommunistische Manifest mittlerweile alt. Viel ist seitdem passiert. Die klassenlose oder befreite Gesellschaft, die scheint immer noch weint, entfernt oder vielleicht auch unerreichbar zu sein. Wo oder wieso helfen deiner Meinung nach marxistische Theorien aber noch immer, um unsere Gesellschaft zu analysieren oder auch zu begreifen? Ich würde sagen, dass das, was im Wesentlichen im Kommunistischen Manifest beschrieben wird, nämlich die Geschichte von Klassengesellschaften war bisher, das ist einfach nach wie vor eine relevante Einordnung. Ich denke, dass die marxistische Theorie auch so lange relevant bleiben wird, wie es sozusagen Klassen gibt. Weil auch wenn es stimmt, die klassenlose Gesellschaft ist noch nicht gekommen, gibt es ja trotzdem überall Bewegungen. Es gibt überall Arbeitskämpfe, es gibt überall Widerstand durch die arbeitende Klasse. Und ich denke, dass das auch immer wieder darauf verweist, dass die Möglichkeit für diese klassenlose Gesellschaft eben immer noch da ist. Die ist immer noch da, solange dieser Kampf eben da ist. Und mit diesem Punkt wird ja auch irgendwie das Kommunistische Manifest eingeleitet. Und ich finde das ganz wichtig, weil ich denke, das ist eigentlich der Kern. Jetzt hat sich ja die Gesellschaft weiterentwickelt, seitdem das Kommunistische Manifest zum ersten Mal veröffentlicht worden ist. Und auch marxistische Theorien haben sich weiterentwickelt oder wurden ergänzt, zum Beispiel um feministische oder antirassistische Perspektiven. Könntest du für uns einordnen, was für Erweiterungen in marxistischen Denkschulen da stattgefunden haben und wieso die auch notwendig waren oder sind? Das, was Marx und Engels analysiert haben, ist erstmal der Grundwiderspruch im Kapitalismus, nämlich dazwischen Kapital und Arbeit und wie der genau funktioniert. Es gibt aber noch andere Widersprüche im Kapitalismus, zum Beispiel den Geschlechterwiderspruch, aber auch sowas wie imperialistische Widersprüche zwischen Ländern des globalen Nordens oder der imperialistischen Kerne der industriellen Zentren und der Peripherie, dem globalen Süden. Und genau, also auf Basis dessen, was Marx sozusagen über die grundlegende Funktionsweise des Kapitalismus analysiert hat, gab es dann nochmal zum Beispiel eine marxistische-feministische Theorie, die erklärt hat, wie darüber hinaus soziale Reproduktion funktionieren, also wie die Grundlagen des Kapitalismus eigentlich nur aufrechterhalten werden können durch die Ausbeutung der Frau, durch die Unterdrückung der Frau. Es gab eine Denkschule von einem antikolonialen Marxismus, der aufgezeigt hat, wie der historische Kolonialismus mit der Entstehung des Kapitalismus eigentlich notwendig war, um die nötigen Kapitalsummen zu akkumulieren, wie darüber hinaus auch sowas wie Versklavung und die Unterwerfung anderer Länder notwendig waren, um möglichst viel Profit akkumulieren zu können und wie diese Strukturen zum Beispiel auch anhaltend sind nach der Dekolonisierung. Weil die Analyse sozusagen auf einer politökonomischen Ebene funktioniert, kann man auch zeigen, dass, obwohl es noch normale Dekolonisierung gab, dass die kolonialen Strukturen, die zwischen diesen industriellen Zentren und dem Rest der Welt bestehen, eigentlich immer noch so existieren. Und das sind wichtige Ergänzungen, weil der Kapitalismus natürlich unterschiedliche Facetten hat und auch alle Bereiche des Lebens durchdringt. Das ist aber nur möglich auf Basis dessen, was sozusagen die marxistische Theorie durch dann Marx und Engels zum Beispiel überhaupt als grundlegende Analyse erstmal geleistet hat. Jetzt hast du ja eben auch schon von dem Haupt- und Nebenwiderspruch gesprochen. Kannst du vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklären, was damit konkret gemeint ist in der Theorie von Marx und Engels? Also der Begriff Hauptwiderspruch und Nebenwiderspruch, die kommen bei Marx eigentlich gar nicht möglich vor. Er spricht da wirklich von Widersprüchen. Ich meine jetzt Grundwiderspruch, weil ich sozusagen meine, dass dieser Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit der Widerspruch ist, der den Kapitalismus maßgeblich strukturiert, der auch die Gesellschaft und Kapitalismus maßgeblich strukturiert. Das heißt, dass man sozusagen auf der einen Seite die Besitzlosen hat, die den Reichtum der Gesellschaft produzieren und auf der anderen Seite diejenigen, die die Produktionsmittel besitzen und sich deswegen den gesellschaftlichen Reichtum als Privateigentum aneignen können. Das heißt, das ist sozusagen der Grundwiderspruch. Das bedeutet natürlich nicht, dass andere Widersprüche wie der Geschlechterwiderspruch oder zum Beispiel auch der zwischen Mensch und Natur, wir haben es ja auch mit Naturzerstörung zu tun, dass das irgendwie Nebenwidersprüche wären oder so. Also die Begriffe, die kommen eher aus dem Maoismus und wurden dann tatsächlich auch in der Geschichte eigentlich gar nicht so richtig benutzt, weil es da eher um Fragen von strategischer Schwerpunktsetzung geht, also auf welche Widersprüche man im politischen Kampf den Fokus legt. Aber bei Marx ist da sozusagen erstmal nicht von die Rede. Aber da kann man schon ausmachen, dass es sozusagen einen grundlegenden gesellschaftlichen Widerspruch gibt, der eben diese Gesellschaft strukturiert und das ist der zwischen Kapital und Arbeit. Okay, das heißt, du meinst, es ist eigentlich gar nicht sinnvoll oder vielleicht auch falsch oder verfälschend von diesem Haupt-Nebenwiderspruch auszugehen, weil das vielleicht auch strukturelle Ungleichheit kaschiert sozusagen in der Gesellschaft? Ich denke, dass die Art, wie der Begriff sozusagen verwendet wurde, das auf jeden Fall macht. Also ich denke, gerade in so einer Bewegungsgeschichte ab den 70er Jahren wurde dieses Argument manchmal benutzt, um zum Beispiel feministische Ansprüche kleinzuhalten, zu sagen, ja, das ist nur Nebenwiderspruch, damit kann man sich nach der Revolution auseinandersetzen. Und das halte ich natürlich für falsch. Aber ich glaube, dass sozusagen in politischen Kämpfen die Frage danach, also man ist ja natürlich immer gegen alles, aber die Frage danach, was man jetzt priorisiert, gar nicht so eine unwichtige Frage ist. Und dann zum Beispiel zu sagen, wie es in vielen antikolonialen Bewegungen der Fall war, okay, in unseren Ländern gibt es zum Beispiel auch eine innere Klassensynamik, aber damit wir die überhaupt angehen können, braucht es erstmal eine Dekolonisierung. Das heißt sozusagen, dieser imperialistische Widerspruch wurde als Hauptwiderspruch angegangen und die eigenen Klassenwidersprüche dann zum Beispiel als etwas, was man dann nachrangig behandelt. Also das sind dann eher strategische Fragen und weniger analytische. Und ich finde, das sind zwei Ebenen, die man dann nochmal auftrennen muss, damit es eben genau nicht zu so einer Gewichtung kommt, dass man sagt, das eine ist wichtiger als das andere. Jetzt hast du ja vorhin schon auch von der Rolle der arbeitenden Klasse gesprochen, die ja auch für Marx und Engels im Kommunistischen Manifest eine zentrale Bedeutung hat zur Erreichung dieser klassenlosen Gesellschaft. Wenn wir jetzt auf die Geschichte Europas vor allem blicken, im 20. Jahrhundert oder vielleicht auch vor allem Deutschlands, da zeigt sich ja durchaus auch, dass diese arbeitende Klasse nicht zwangsläufig nur einen emanzipatorischen Charakter haben kann, sondern hier auch das Gegenteil. Wie würdest du dann sagen, wie ist aus einer aktuellen Perspektive, wer ist eigentlich dieses Subjekt sozusagen, mit dem letztendlich irgendwann so eine befreite Gesellschaft erreicht werden kann? Ist es immer noch die arbeitende Klasse oder sollte auch das in irgendeiner Form ergänzt werden? Ich glaube, die Frage hat zumindest unterschiedliche Seiten. Also ich denke, dass dieses Subjekt nach wie vor die Arbeiterklasse ist. Das stimmt, dass sozusagen in der Geschichte Menschen aus der Arbeiterklasse nicht immer emanzipatorische Positionen selbst vertreten haben. Ich denke aber zum Beispiel, dass wenn man sich sozusagen, wenn man so eine Klassenanalyse faschistischer Bewegungen vornimmt, dass man da eher andere Teile der Gesellschaft findet. Also vor allem eher das Kleinbürgertum als soziale Basis. Das wird aber natürlich auch durch das Großbürgertum mitgetragen und so weiter. Es stimmt aber trotzdem natürlich, dass es irgendwie reaktionäre Ansichten in der Arbeiterklasse gibt. Und das zum Beispiel auch, wenn man jetzt gerade zum Beispiel so ein rechtes Wahlverhalten oder sowas beobachten kann. Und ich denke, das hängt damit zusammen, dass es da eben keinen Automatismus gibt. Also es gibt keinen Automatismus zwischen in der Arbeiterklasse sein und ein Klassenbewusstsein haben. Dafür braucht es eben, also bei Marx und Engels war es irgendwie noch die kommunistische Bewegung. Heute würden wir vielleicht eher sagen die Linke oder sowas, die die Arbeiterklasse organisiert. Und die deswegen auch die korrekten Positionen in der Klasse auch immer wieder hervorbringt. Das bedeutet nicht, dass dann da irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Parteibürokraten sitzen und dann Arbeitern erklären, wie das richtig läuft. Sondern da muss sozusagen erstmal eine Organisation stattfinden und vermittelt darüber, dass die arbeitende Klasse sich organisiert. Also passiert auch so eine Verständigung. Ich glaube, das konnte man historisch auch beobachten. Dass es irgendwie, wenn man sich zum Beispiel die 70er Jahre in Deutschland anschaut, als es diese wilden Streiks der Gastarbeiter gab oder sowas, dass sich auch bei den deutschen Belegschaften durch die gemeinsamen Arbeitskämpfe auch sowas wie ein antirassistisches Bewusstsein hervorgebildet hat. Das passiert aber durch eine gemeinsame Praxis, durch eine gemeinsame Erfahrung, durch die gemeinsam geteilte Erfahrung in diesem Arbeitskampf zum Beispiel. Und nicht irgendwie als etwas, was von außen irgendwie moralisch an sie herangetragen wird. Und ich denke, dass es wichtig ist. Ich denke, dass nach wie vor die Arbeiterklasse das revolutionäre Subjekt ist, wenn man jetzt bei diesen Begriffen bleiben will. Weil ich denke, dass es nicht einfach nur was ist, wo man einfach den Finger draufgelegt hat, sondern das ist das, was man beobachten konnte. Also das war auch damals schon, irgendwie hat sich eine Arbeiterbewegung aufgetan. Das kommunistische Manifest sollte ja nur die Bewegung theoretisieren, die da draußen in der Welt schon war. Und jetzt muss man sich angucken, okay, wo ist gerade Bewegung und was passiert. Und das hängt, also das ist die Arbeiterklasse, das revolutionäre Subjekt, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie sozusagen die einzigen sind, die, im Manifest heißt es noch, die nichts zu verlieren haben als ihre Ketten. Also die sozusagen in einem Verhältnis zum Kapital stehen, wo man vielleicht hier und da durch Reformbedingungen irgendwie bessere Arbeitsbedingungen raushauen kann. Aber am Ende, also kann das Interesse nur sein, den Kapitalismus abzuschaffen. Weil die Tatsache, dass der gesellschaftliche Reichtum eigentlich nur angehäuft werden kann dadurch, dass bestimmte Menschen arbeiten und ausgebeutet werden, schafft bei diesen Menschen eben auch das objektive Interesse, diese Gesellschaftsform abzuschaffen. Das heißt nicht, dass dieses Interesse als unmittelbares Bewusstsein vorhanden ist. Deswegen braucht es eben diese Organisierung. Aber ich denke, dass sozusagen Politik trotzdem interessengeleitet funktioniert. Also dass es nicht funktionieren wird als Charity-Projekt, sage ich jetzt mal, von Menschen aus anderen Klassen. Sondern dass es maßgeblich getragen wird durch diejenigen, die eben in diesem Ausbeutungsverhältnis eben unten stehen. Und das merkt man ja zum Beispiel auch schon bei Streiks. Da merkt man richtig, wo sozusagen die Macht der Arbeiterklasse ist. Weil das, was wir gesellschaftlich irgendwie alle konsumieren, wird durch Arbeiter produziert. Das heißt, wenn die aufhören zu arbeiten, also wenn die ihre Arbeit sozusagen niederlegen, dann steht die Gesellschaft auch still. Und ich denke, dass man daran schon sehen kann, dass darin einfach ein unfassbares Potenzial steckt, was eben auch, wenn es irgendwann diesen relevanten Zeitpunkt gibt, auch ein revolutionäres Moment haben kann. Also diese Macht, die in der Arbeiterklasse steckt. Du hast ja jetzt gerade schon viel von Organisierung gesprochen, auch die wilden Streiks in den 70ern angesprochen. Was ich gerade irgendwie interessant finde, dass ich den Eindruck habe, dass sowas wie Partei auch wieder diskutiert wird in Teilen der Linken zumindest. Wenn wir jetzt auf die aktuelle politische Lage oder auch die Verhältnisse hier im Hier und Jetzt blicken, was würdest du denn sagen, was für Organisierungsformen hältst du da für vielversprechend oder vielleicht auch für sinnvoll? Ist es möglich, das so ein Stück weit einzuordnen? Welche Organisierungsformen? Also im Sinne von, ob es eine Partei braucht oder ob... Ja, ob es eine Partei braucht, ob es vielleicht eher so eine Bewegungslinke sein sollte, ob vielleicht auch es sowohl als auch gibt und man das vielleicht auch gar nicht so klar sagen kann. Ja, also ich glaube, das muss Hand in Hand gehen. Also ich denke schon, dass es sozusagen, dass man um eine politische Organisierung, die auch in Form von einer wirklichen Organisation funktioniert, dass man da nicht drum herum kommt. Und ich denke, dass sozusagen zu Wahlen anzutreten oder sowas, also jetzt in Deutschland in Form einer Partei, dass das nicht zwangsläufig nötig ist. Aber an Wahlen kann man natürlich auch immer gut ein politisches Klima im Land abschätzen und daran auch so ein bisschen orientieren, wie man jetzt politisch arbeitet. Ich denke aber, dass es auf jeden Fall... Linke braucht die in Bewegungen arbeiten und dass es dann über so eine Organisation verschiedene Bewegungen auch zusammengeführt werden. Also es gibt da draußen irgendwelche Arbeitskämpfe in irgendwelchen Betrieben, gibt jetzt gerade sehr prominente Arbeitskampagnen zum Beispiel hier von Lieferfahrern. Dann gibt es irgendwie zum Beispiel gerade eine Klimabewegung, die auch immer mehr sich radikalisiert und auch antikapitalistische Elemente hat. Und es gibt eine antirassistische Bewegung jetzt mit Black Lives Matter, was ja auch 2020 in Deutschland sehr groß war. Und jetzt auch mit diesen Hanau-Demos und so weiter kann man das ja sehen. Und die Frage ist ja, es gibt jetzt diese verschiedenen Bewegungen, die da irgendwie nebeneinander existieren, die irgendwie auch alle ein antikapitalistisches Element haben. Aber da muss ja auch eine Vermittlung stattfinden, also die muss ja irgendwie zusammengeführt werden. Und ich denke, das funktioniert nur über zum Beispiel Linke, die in diesen Bewegungen arbeiten, die dann aber irgendwie organisatorisch zusammengeführt werden müssen, damit auch wirklich eine Vermittlung und ein Austausch passieren kann, damit die eben nicht parallel laufen. Und deswegen denke ich genau, es braucht beides und es braucht auch beides gleichzeitig. Ich würde an dieser Stelle gerne nochmal weggehen von dieser Organisierungsfrage hin nochmal blicken auf, wie wird Marxismus adaptiert aktuell in Deutschland vor allem. Ich habe zumindest in Halle den Eindruck, dass marxistische Theorie häufig gleichgesetzt wird mit so weißen Männern. Oder dass es vor allem weiße Männer sind, die sich irgendwie für, nicht nur, aber also, dass es zumindest dieses Bild gibt von irgendwie weißen Dudes, die sich dafür interessieren und das vielleicht auch hochhalten. Ist das eine Wahrnehmung, wo du sagst, die kommt nicht von ungefähr? Also ist das eine Wahrnehmung, die du teilst? Und wenn ja, womit hängt das deiner Meinung nach zusammen oder mit was für Problematiken vielleicht auch? Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich denke, dass man die Frage unterschiedlich beantworten kann. Also ich denke, wenn man auf die Geschichte der marxistischen Traditionen blickt, dann ist es eigentlich einfach nicht richtig haltbar, dass es nur eine Tradition von weißen Männern war. Weil ich denke, dass sozusagen die wichtigsten Beiträge zur marxistischen Theorie eigentlich genau von Menschen kamen, die eben nicht weiße Männer sind, also zum Beispiel aus dem globalen Süden. Ich denke aber trotzdem, dass wenn ich mir mal so anschaue, was so die Repräsentanz auch in Deutschland ist, wie marxistische Theorie funktioniert, wie das diskutiert wird, dann kommt das schon hin. Also dann sind es in der Regel irgendwie die alten weißen Männer, wenn wir jetzt mit diesen Kategorien arbeiten, die marxistische Theorie produzieren. Und ich glaube, das hat unterschiedliche Gründe. Das hat einmal damit zu tun, dass Ökonomiekritik auch als eher männliches Thema begriffen wird. Dass wenn Frauen in der marxistischen Theorie zum Beispiel prominent sind, dass es in der Regel um spezifische Themen geht, die auch Frauen betreffen, zum Beispiel feministische Kritik oder sowas. Und dass viele von denen, die als Experten hochgehalten werden, tatsächlich dann die sind. Und ich glaube, das hat einmal damit zu tun, welche Art von Marxismus in Deutschland populär ist. Also welche Art von marxistischer Tradition, welche marxistischen Strömungen. Und die beschränken sich dann in der Regel auch auf eine Analyse von europäischen kapitalistischen Gesellschaften oder zum Beispiel ganz konkret Deutschland. Wenn ich mir mal so anschaue, wie das global ist, dann würde ich sagen, das stimmt nicht ganz. Also ich denke, in Deutschland gibt es vor allem Repräsentationsprobleme. Und ich glaube, dass auch die Art, wie Marxismus in Deutschland diskutiert wird, auch nochmal ein bisschen abstrakter ist vielleicht als in anderen Ländern, wo viele Menschen, die sozusagen Theorie produzieren, auch real in Bewegung involviert sind. Und dass es dann einfach eine größere, ich sag jetzt mal, Diversität dahingehend gibt. Ich denke aber auf jeden Fall nicht, dass Marxismus die Theorie von weißen Männern ist und dass sich der Wirkraum sich auch nur auf weiße Männer beschränkt, sondern wirklich eher im Gegenteil. Vielleicht nochmal zum Abschluss für unser Gespräch die Frage, wie du das Verhältnis siehst zwischen marxistischer Theorie und auch poststrukturalistischen Ansätzen. Und ich habe den Eindruck, dass das ja gerade so die beiden prägenden Theorieschulen sind in der Linken, aus denen sich dann irgendwie heraus eine Gesellschaftsanalyse geschaffen wird. Da diese Auseinandersetzung ja häufig auch sehr konträr und auch sehr heftig geführt wird sozusagen, würdest du sagen, es gibt trotzdem Schnittmengen, wo es sinnvoll ist, beide Perspektiven zu ergänzen oder umeinander zu erweitern? Oder wie würdest du die in ein Verhältnis zueinander setzen? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich denke, dass es Möglichkeiten gibt, Elemente aus poststrukturalistischer oder postmoderner Theorie auch für den Marxismus fruchtbar zu machen. Ich denke, da gibt es Elemente der Queer Theory zum Beispiel, die ganz spannend sind, wo man sowohl bei Butler als auch Foucault sehen kann, wie sozusagen so eine Geschichte der Sexualität nachgezeichnet wird und auch so ein historischer Übergang in der Moderne und so weiter. Ich denke, dass es möglich wäre, Elemente daraus auch materialistisch zu analysieren. Ich denke aber, dass sie das nicht tun. Und ich denke auch, dass das grundlegende Probleme in der Theorie mit sich bringt, was es irgendwie schwierig macht. Und ich denke, dass das, was am Marxismus als Theorie so gut ist, ist sozusagen einmal diese Verbindung von Theorie und Praxis und dann aber auch dieser Anspruch an so eine allgemeine Analyse der Gesellschaft und auch ein Verständnis davon, wie verschiedene Sachen wie zum Beispiel kapitalistisches Patriarchat oder rassistische Widersprüche alle Teilmomente des Kapitals sind. Also, dass man die Analyse von dem großen Ganzen hat und damit natürlich irgendwie auch ein universalistischer Anspruch mit einhergeht, ein universalistischer Standpunkt in der sozialistischen Theorie, den man im Poststrukturalismus so nicht findet. Da findet man eher so eine Aufteilung, da will man ja auch eher Abstand nehmen von so großen Narrativen wie zum Beispiel, dass der Kapitalismus global die Gesellschaften strukturiert, und ich denke, dass das ein Problem ist und ich denke auch, dass sozusagen viel von poststrukturalistischer Theorie sich auch in Abgrenzung zu Marxismus formiert hat und dass man deswegen auch sehen kann, wie so viele poststrukturalistische Elemente zum Beispiel auch an deutschen Universitäten so beliebt sind, weil sie, was sozusagen politischen Anspruch angeht, auch teilweise so ein bisschen zahnlos sind, wenn ich das mal so hart sagen kann, weil damit eben nicht ein revolutionärer Anspruch einhergeht. Und damit ist es auch nicht, ich sage jetzt mal, gefährlich.